Am 15. April wird im Ministerrat und skurrilerweise im Agrarministerrat abschließend über die Copyright Directive beraten. Und ich kann euch nur sagen, geht am 13. April zahlreich auf die Straße, setzt ein klares Signal für ein freies Internet und gegen Uploadfilter, gegen Artikel 13. Die Situation gestaltet sich nämlich im Moment so, dass sechs Länder bereits angekündigt haben, gegen die Copyright Directive im Rat stimmen zu wollen. Zwei weitere haben angekündigt, sich zu enthalten und es liegt wirklich an den Stimmen der Großen Koalition und der Bundesregierung und der zuständigen Fachministerin Catalina Barley, ob die Copyright Directive den Rat passiert oder nicht. Also geht am 13. auf die Straße, save your Internet.